Warum Gesundheitssysteme kommunistisch sind, wieso Krankheiten immer Kommunismus brauchen und wie man dieses System erkennt und mit einer Anarchie gesund wird in diesem Video. Steigende Kosten, fehlendes Personal, Ärztemangel, Pflegemangel, Pflegeskandale. Das Gesundheitssystem wird untergehen. Ist so ständig die Propaganda, ständig so die Panikmache, um natürlich so dem Pöbel daran zu gewöhnen, dass die Qualität schlechter wird, dass es mehr Kontrolle braucht und über Kontrolle dann an die Macht zukommen. Diese Gesundheitssysteme sind kommunistisch und das kann man relativ leicht aufzeichnen und dann mit gewissen marktwirtschaftlichen, betriebswirtschaftlichen Dingen kombinieren, um zu erkennen, dass der Kontakt mit dem Gesundheitssystem immer in dem Gesundheitsrisiko Medizin endet und deinem Leben eventuell ein früheres Ende setzen kann durch den massiven Einsatz von Medizin gegen jegliche Logik. Man kann das natürlich jetzt dann aufzeichnen mit einem Flussdiagramm, indem man mal da grundlegend den Kommunismus hat. Das ist so dieses Gleichmachen, so dieses Chinesisch-Sowjetunion-DDR, so diese totalitären Systeme. Kommunismus, Link in der Beschreibung, um da ein bisschen ein Verständnis zu bekommen. Dieser Kommunismus hat in diesem Fall die WHO als oberste Behörde. Der WHO kehren dann die ganzen Definitionen, also Krankheit, Gesundheit, Rehabilitation und das definieren ich seit Jahren. Den ICF, den ich sehr fundiert kenne, ist von der WHO unser Kategorierungssystem. Alles kommt von denen und nicht erst seit irgendwelchen komischen Spritzkampagnen gemacht werden, sondern die haben schon ganz lange alle Fäden in der Hand und sind natürlich dann Teil dieses gesundheitlichen Weltkommunismus. Über diese Definition entstehen dann in dieser Pathomedizin, also das ist die Medizin, die ständig nur Krankheiten im Fokus hat, symptomorientiert arbeitet und natürlich dann ständig irgendwelche Syndrome erfindet und sie irgendwelche neuen Marktlücken definiert, um natürlich die Lobbyisten glücklich zu stimmen und die Aktionäre reich zu machen. Gült natürlich immer die Unschuldsermutung, wir haben die geilsten Politiker, das geilste Gesundheitssystem und die geilste Welt, in der ich jemals gelebt habe. Aus dieser Pathomedizin, das ist ja das, was dann folgt, entstehen dann so Leitlinien, also wie man behandelt nach diesen Kriterien, wie definiert von dieser zentralen Stelle, immer alles zentral, um zentral zu steuern und zentral zu kontrollieren. Da gibt es dann auch noch Verbände und irgendwelche Associations, Flugstörungsverband, Herzinfarktverband, Selbsthilfegruppen, also man macht einfach ein gewisses Kollektiv im Sinne der Gleichmacherei des Kommunismus und nicht im Sinne der Individualität und der Freiheit. Dann aus diesen Leitlinien und diesen Dingen entstehen dann die Leistungen und die Leistungen sind dann diese Behandlungen, Untersuchungen, Operationen, Hilfsmittel, dieser ganze Wahnsinn, der dann aus dem Außerfolg. Das ist jetzt einmal rein nur so dieses Schema, wie das abläuft und diese Leistung braucht natürlich doch dann ganz viel richtig Verwaltung, weil Geld so zu verschirben, dass es keiner merkt, bei so einem großen Kartell alle glücklich zu machen, ist natürlich gar nicht so einfach und vor allem das alles mit Gesundheit zu kombinieren oder es eventuell sogar als Gesundheit zu verkaufen. Das ist Kommunismus, nur um zu verstehen, wie das funktioniert und wo man da natürlich dann auch noch weitergekommen im Kommunismus, um noch mehr zu erkennen, dass dieses System total gescheitert ist und mit mehr Personal, mehr Ressourcen einfach nur mehr Probleme produziert, die immer weniger Gesundheit dann als Folge haben. Demgegenüber steht die Anarchie. Übrigens, wenn einer so einen geilen Pullover wie ich, die gibt es auf meiner Homepage, T-Shirts, es gibt Heferl, es gibt so geile Sachen und natürlich, wenn du medizinische Fragen hast, kannst du dich auch gerne melden. Diese Anarchie ist ja von ihrer Idee, auch Link ist in der Beschreibung, dann ein bisschen anders aufgebaut. Vom Denken im Anarcho-Code, deswegen auch dieses System. Es geht um ein Bewusstsein für Gesundheit. Ein Bewusstsein für Gesundheit heißt jetzt nicht, im Gegensatz zur WHO, Gesundheit über Krankheiten zu definieren, weil da entsteht ja dann auch das Geschäftsmodell und bei Anarchie schwindet so das Geschäftsmodell. Aus diesem Bewusstsein für Gesundheit entsteht natürlich dann mehrere Faktoren, wo unsere Politiker gar keine Probleme haben und alles super im Griff haben, Bildung. Aus Bildung entsteht dann Wissen, wäre halt so Idealfall oder Wissen führt zu Bildung, also kann man streiten, was da zuerst ist, dann erkennt man den Kontext der ganzen Situation, kriegt die Grundzüge des biopsychosozialen Modells mit, also man kann sich selber reflektieren und man weiß, dass wenn man eine komplette Arschwarzen ist, dass man das irgendwann auf Dauer auf die Stimmung drückt, auch mit dem richtigen Parteibirchen, genug Geld, wirst du halt irgendwann krank werden von dem, dass du Gott und die Welt betrügst und ein dreckiger Politparasit bist. Nur so am Rande erwähnt, um einen Krankheitsgrund auch zu erkennen, neben den ganzen anderen Dingen. Diese Dinge, da geht es halt dann darum, die Punkte miteinander zu verbinden und nicht linear irgendwelche Leitlinien abzubüden und die dann abzuarbeiten. Wie es die aktuelle Medizin macht, wie es alle fordern, wie es aber jedes Jahr teurer wird und die gesunden Jahre, laut Statistik, immer weniger werden. Aus diesem System entsteht natürlich dann meine Idee, nämlich, dass man dann mit den drei V, also dem ersten V, das steht für Verantwortung, mit dem Grundlagensystem des Vorbilds zur sogenannten Veränderung kommt. Das wäre so, wenn Anarchisten irgendwas mit Gesundheit machen und nicht irgendwelche komplett besessenen, profitorientierten Psychopathen mit Medizin als ihre Grundlage. Nur um das einmal grundlegend zu verstehen, wie aktuell die Gegenüberstellung ist, wenn man diese philosophischen Begriffe ein bisschen genauer nimmt. Weil jetzt, wenn man das so sieht, kann man natürlich ganz klar sagen, okay, wo ist immer das Problem? Richtig, der Mensch ist böse, deswegen brauchen wir Politiker, die uns beherrschen. Weil ich kann bei Anarchie und bei diesem Konzept da herüben relativ schwierig von außen irgendwas machen, weil ich mich selber unter Kontrolle habe und weil das Dinge sind, wo ich mich einfach selber beschäftigen kann. Weil dort kann ich politisch Einfluss nehmen, dann wird es grausig. Da wird politisch Einfluss genommen, deswegen wird es grausig. Da haben wir gesehen, politisch Einfluss passt, Leitlinien politisch, Leistung politisch, weil es am Ende für skrupellose Leistungserbringer am Ende von dem ganzen Wahnsinn um die Kohle geht. Und das ist halt das, was halt dann da rauskommt bei diesem ganzen Wahnsinn und wo man grundlegend einmal sich Gedanken machen muss, wie dieses System aufgebaut ist. Um natürlich dann diese kommunistische Grundhaltung des Systems zu untermauern, kann man natürlich das anhand von Angebot und Nachfrage ganz klar sichtbar machen. Es gibt zwei Varianten, nämlich es gibt auf der einen Seite das Angebot und auf der anderen Seite die Nachfrage, also das Angebot ist hoch und die Nachfrage ist gering. Das heißt, wenn man jetzt ganz klar wirtschaftlich denkt, betriebswirtschaftlich, kapitalistisch, wird irgendwann dieses Angebot verschwinden, weil die Nachfrage fehlt. Dem gegenüber steht ein geringes Angebot und eine große Nachfrage. Das heißt so, es wird der Preis wahrscheinlich steigen, der Bedarf ist höher als das, was produziert wird. Das ist meistens dann ein Unternehmen, das gut wirtschaftet, weil das, was sie haben, irgendwer braucht und in dem Fall zu einem Unglaub Gleichgewicht kommt und natürlich dann sowas gemacht wird. Jetzt kommt der kommunistische Gedanke, nämlich man bezeichnet ja Menschen, die ein Problem haben mit irgendwelchen Dingen als Nazi, das heißt nicht an Zwang interessiert, weil der Staat dann bei diesem Modell mit Zwang arbeitet. Das heißt so, er schafft ein Angebot, die letzten Jahre haben wir einiges an Angeboten bekommen, wo die Nachfrage dann ein bisschen kritisch war und ich kann ganz klar erkennen, dass es hier ein massives Problem gibt und das kann ich in ganz vielen Bereichen der Medizin finden, wo ich erst mit Vorsorgeuntersuchungen und diesen Dingen diese Nachfrage erzeuge, dann natürlich mit finanziellen Mitteln, also Förderungen, Gütesiegeling, irgendwelchen Pässen, also mit verschiedenen Dingen, wie die letzten Jahre natürlich sichtbar geworden ist, dann immer mehr diese Gleichmacherei, diesen Kommunismus in diesem System zu etablieren und so natürlich dann über die Kontrolle durch politische Einflussnahme, weil das System durchzubringen, also hohes Angebot ohne Nachfrage, brauche immer korrupte, skrupellose Politikmarionetten, brauche inkompetente Figuren und die aber nur als Marionetten, weil im Hintergrund die wahren Profiteure stecken, die natürlich die Fäden ziehen und so dieses System am Laufen erhalten. Lobbyismus und diese Dinge sind dann die weiteren Details, wo man sich ganz gern auf politischer Ebene streitet und wo man mit Populismus irgendetwas versucht zu verändern. Wie du siehst, ist das Gesundheitsrisiko Medizin ganz klarer Kommunismus, Anarchie ein ganz klarer Ansatz, um das zu verändern und deswegen liegt es bei dir zu erkennen, dass du wahrscheinlich doch kein Kommunist bist, dass du Anarchist bist und dass du mit dem Monarcho Code deine Programme Richtung Gesundheit neu einstellst. Kanal abonnieren, Glocken einschalten, alles Gute für euch.